Wir haben gefragt, was ist wichtiger, Anonymität im Internet oder Zurechenbarkeit von Handlungen? Und haben zwei sehr spannende Sachen herausgefunden. Einerseits hat eine ganz große Mehrheit der Befragten gesagt, Anonymität ist absolut wichtig und ein Grundbaustein des Internets und muss beschützt werden. In den Antworten aber war das Feld wesentlich differenzierter. Da haben einerseits ganz viele Leute argumentiert, Anonymität ist wichtig, vor allem auch im Hinblick auf demokratische Meinungsbildung und Diskussionskultur. Auf der anderen Seite muss man die Balance finden dazu, dass Straftaten nicht ungeahndet bleiben, dass man also nach wie vor die Möglichkeit hat, Straftaten zu verfolgen. Und da hat sich keine wirklich eindeutige Antwort ergeben. Da müssen wir wirklich mal schauen, das ist eine ganz große Frage, wie kann man die lösen, gesamtgesellschaftlich, wie kann man also die demokratische Freiheit einer anonymen Diskussionskultur beibehalten und gleichzeitig Straftaten verfolgen. Der Frage gehen wir heute noch nach.